Die Leidenschaft für das Automobil, ja die fing schon bei mir in der Kindheit an. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Die Gottfried Schulz Gruppe ist ja überall bekannt. Es ist ein großes Unternehmen und es ist einfach schön, ein Teil von so einem großen Team zu sein. Ich habe mich für die Firma Gottfried Schulz entschieden, da sie hier in der Gegend einen sehr guten Ruf hat. Ich wurde direkt sehr freundlich und offen empfangen und fühle mich hier sehr wohl. Gottfried Schulz hat schon in jungen Jahren sehr viel Vertrauen in mich gesteckt und mir sehr früh Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben, um meine Karriere für mich optimal zu gestalten. Mir gefällt es sehr gut, dass Gottfried Schulz Führungspositionen aus eigenen Reihen besetzt. Führungskräfte werden in Form einer Führungsakademie geschult. Es gibt Schulungsmaßnahmen der Hersteller und auch so ist mein Weg vom Verkaufsleiter zum Centerleiter gewesen. Die Vorteile von Gottfried Schulz sind für mich, dass ich trotz, dass ich in der Verwaltung arbeite, den Bezug zu den Autohäusern nicht verliere. Bei 28 Betrieben, mit denen ich zusammen arbeite, fühle ich mich in jedem Betrieb als Teil des Teams und wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Wir bei Gottfried Schulz legen sehr hohen Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung der jungen Leute. In unserem Ausbildungszentrum haben wir ein festes Ausbildungsteam, was sich um die technische Ausbildung der jungen Menschen kümmert. Die Faszination für die Automobilbranche war natürlich auch ein großer Grund, warum ich mich für diese Ausbildung entschieden habe. Ich muss sagen, in dem Bereich wurde ich überhaupt nicht enttäuscht, ganz positiv überrascht und es ist einfach jeden Tag spannend zu sehen, wie dieses tägliche Geschäft abläuft. Wir verkaufen Fahrzeuge, die die Menschen begeistern und das macht wirklich Spaß. Gerade als Centerleiter ist mir klar, dass wir jeden in unserem Team brauchen, egal ob vor den Kulissen oder hinter den Kulissen. Nur gemeinsam können wir erfolgreich sein. Mir gefällt es, dass mein Team und ich gut zusammenarbeiten können. Wir kennen uns zum Teil schon seit der Ausbildung. Es sind Freundschaften entstanden. Als modernes Familienunternehmen bieten wir unseren Mitarbeitern nicht nur eine sichere Zukunft, sondern auch faire Bezahlung. In vielen Bereichen unseres Unternehmens gibt es die Möglichkeit, durch Prämien sein Gehalt selbst zu bestimmen. Nur wenige Autohandelsgruppen bieten solch eine grandiose Markenvielfalt an. Auch meine Familie findet es gut, dass ich bei Gottfried Schulz bin, denn auch für sie gibt es viele Sonderkonditionen beim Werkstattaufenthalt oder beim Fahrzeugkauf. Sowohl erfahrene Fachkräfte wie junge Talente sind bei Gottfried Schulz jederzeit herzlich willkommen. Mein Name ist Ibiza Zezevic. Ich bin Gerrit Winkler. Ich bin Felicia Schwarzkamp. Ich bin Alexander Lüngön. Ich bin Fabian Brauner. Ich bin Martin Schäfer. Ich bin Alina Brinkmann und jetzt ist deine Zeit, dich bei Gottfried Schulz zu bewerben. Ich bin Billigaat.